Hast du überhaupt die Säb drauf? Wir brauchen noch einmal, schieben wir. Herr Klacksl, das ist sonst auch immer rum, weil es schlimm und es nicht so war. Klatsch einmal! Sehr schön, du kriegst sogar einen Applaus von den Fügel. Die Gurritzen auch. Boah, schaut er noch, da holt er noch einen Strand herauf. Geht noch einer? Du fährst nicht auf mit den Orangenlaufen? Nein, wir haben ja gesagt, der Auffer ist da runter. Er geht einmal runter schauen, er kommt noch nicht wieder runter. Schau doch mal rein, ich stehe da unten. Aber dass du jetzt auch ruhig stehen bleibst, gell? Nicht, dass du jetzt ihn abgehangen möchtest. Da muss ich mir ruhig dran. Ich muss mich ruhig dran.